Heute besuchen wir das Einkaufszentrum Sirkus im norwegischen Trondheim, wo ein neues Pizzarestaurant eröffnet hat. Die Pizzeria heißt Wurt und der Besitzer Adrian Lowold hat sich darauf spezialisiert, Pizzen in einem speziellen Holzofen zu backen. Dieser Ofen besteht aus einer Kombination aus Holz und Gas, sodass er eine Temperatur von bis zu 400 Grad Celsius erreichen kann. Aufgrund der hohen Temperatur dauert es nur wenige Minuten, bis die Pizzen knusprig und lecker gebacken sind. Wie alle anderen Holz- und Gasanlagen ist der Ofen auf einen Schornstein angewiesen. Da sich das Restaurant jedoch in der Mitte eines Einkaufszentrums befindet, war der Bau des richtigen Schornsteins keine Kleinigkeit. In diesem Fall war der Schornstein nicht weniger als 60 Meter lang und umfasst beeindruckende 13 Kurven. Am Ende des Schornsteins befindet sich ein Exodraft Abgasventilator vom Typ RSV. Ohne einen Exodraft Abgasventilator könnte eine Installation wie diese einfach nicht funktionieren, wie per Morten Lundahl, Distriktmanager von Schiedl Chimney Systems, Norwegen bestätigt. Ohne einen Exodraft Abgasventilator könnte diese Installation nicht richtig funktionieren. Mit dem Abgasventilator kann der Luftzug im Kamin optimal an den Pizzaofen angepasst werden. Ein Exodraft Abgasventilator gewährleistet einen gleichmäßigen Schornsteinzug, unabhängig von Witterungsbedingungen oder der Schornsteinlänge. Kontaktieren Sie uns noch heute. Wir haben auch für Sie eine Lösung.